Das DBZ-Fachforum ist für uns eine Plattform, wo wir mit Architekten und Planern in den Dialog treten können und einfach aktuelle Themen diskutieren und auch eine Rückmeldung aus dem Markt kriegen von Architekten. Welche Themen beschäftigen die Architekten und was können wir selber wieder daraus lernen. Also es ist als Plattform sehr geeignet für uns. Das Fachpublikum kennt das DBZ, die Einladungen sind gut gemacht und deswegen wissen wir, dass wir hier auch, ich sag mal, auf die Leute treffen, die wir gerne kennenlernen wollen. Wir haben hier die Zielgruppe vor Ort und das ist der Grund, warum wir hier letztlich da sind. Es ist einfach ein schönes Forum für uns hier, uns den Planern zu präsentieren. Der neue System, was wir zusammen mit der Firma Fischer Profil entwickelt haben, die Hybridfassade und das ist einfach ein sehr schönes Forum hier, das vorzustellen. Und hier können wir es halt eben gemeinsam direkt vorstellen, zeigen und auch im Vortrag halt eben erklären. Wir kommen in Kontakt und können mit den Kunden zielgenau uns unterhalten, können unsere Ideen, unsere Systeme und unsere Philosophie an den Mann bringen. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig in der täglichen Beratung. Und daraus schöpfen wir einfach unseren Mehrwert für zukünftige Projekte, Objekte, die wir mit unseren Partnern dann auch planen und ausführen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.